Bist du tot oder bewusstlos? Bist du tot oder bewusstlos? Bist du tot oder bewusstlos? Töter oder bewusstlos? Loll hier. Loll hier noch Töne macht. Loll hier noch Töne macht. Stirb du Nutte! So. Alter, dass wir das nicht aufgenommen haben. Das ist der Grund, warum ich da sie liebe. Bis dahin, Freunde! Das ist der Grund.